Das ist ein Utrecht von Kampanie 70. Wir wollen das nächste Mal von den Utrecht-Säumen enthieren. Das sind die Menschen da, die interessiert werden in die Spekulikäupen Kampanie 70, die geräutert werden von der Ökologie, die sich eigentlich waren die Shareholders, die sich eigentlich waren, den zu verkaufen. Von daher hat Frank Freuys durch den Utrecht. Von daher ist es der größte Tag über die Spekulikäupen Kampanie 70. Für den Utrecht-Säumen Was soll ich mit den Utrecht? Ich glaube, wir haben zwei Fein verkaufen. Fein verkaufen können alles? Fein verkaufen, ja. Nie in Wirt gefangen hier? Ja. Die Säumen werden alle ernst verstanden, weil wir das verkaufen, ohne Säuren schaffen. Ach, das ist ja. Okay. Wie verhältst du das denn aus, dass du so lange Säumen warst, hier in Wirt gewaust, nicht mehr mit abgeregt, ob es alles schaffen wird? Ja. Passt, das wird die sich anders gemacht. Das ist gut. Das hier ist. Ja. Was magst du noch merteilen, an all deine Säumen, die die Portivaus-Handel abgebüden haben, und alles? Ja. Passt, ich bedanke mich an, da wurde jemanden abgebüden, so dass er zu weit die Säume gekommen ist. So, okay. Und du hast noch nie ein Kapitel verjünt? Ja. Und du hast die nu arbeite, dass ich Kartenhagen? Ja. 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 Das war er. Wunderschön. Hier wird die Speckers, die Kartenhagen. Ja. Hier haben wir Kartenhagen. Ja. 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 Du wirst interessiert als ich Kartenhagen? Ja, ich bin interessiert als ich Kartenhagen. Hier sind alle merkhaftig? Gerne. Ja. Du hast das hier in Campo 77? Ja. Du bist in einemomo-Handel? Ja. Campo 51 Tile. 1945? Ja. Okay. Und ich habe das verstehen, du hast hier manchmal Kartenhagen gekauft? Ja. Ja, wir haben das Korn hier ein Fertilizer, was wir sehen. So, nun wirst du hier interessiert, dass du dich kaufen? Ja. Deutet das? Ja. Das ist ein großes Land, den du dann gekauft hast. Ja, das habe ich gekauft, ja. So, was bedeutet das? Gibt es, ob du es bekannt hast, wenn du beim Drachen hast, kannst du nicht mehr Korn anbringen? Ja, du hast, was du getan hast? Ja, hier fehlen viele Dinge. Hier ist noch ein bisschen weiter zu tun, aber ich glaube, dass du nicht mehr Korn anbringen hast. Ja. Hier ist der nächste Specher, der größte Specher. Und dann haben wir die andere Speckers. Von den sieben Tagen, die habe ich mal angefangen. So, das ist ein Port von der Geschichte. Ja, magst du uns an den Menschen, an der Kornformer merken, oder, was du meinst hier? Ja, wir haben... Ja, wir haben... Ja, wir haben die Kornformer, die Kornformer, die Kornformer, die Kornformer, die Kornformer, Ja. Du hast ein Kornformer vielleicht erk processed, oder? Ja, nicht da. Nein, wir haben noch einen Kornformer noch gelesen. Da war's noch nicht hier. Ja. So ja, dann langsam! Ja, ja, ganz schön! Jawohl! An diesem Dach aus den Speckensverkaufsorten regnet auch verschiedene Städte. Für das Dichtekampus zahstlich regnet das Harzsaft. Und bei Menschen tun sie so eine Rehn, die freien sich für jeder Läge. Obstet ihr es jetzt? Gern ist aber an der Städte oder scheinbar Rehn. So? So? Yes!